123 start hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist der maximus begrüße euch zu miscredit natürlich wieder mit den zu cruiser am start leute ja das letzte mal der maximus richtig in die hosen geschissen und jetzt spielen wir auch noch bei dunkelheit und ja ein kleiner bug ihr seht es schon bei mir und bei den zu cruiser hängt die spitzhacke so ein bisschen raus und ja ich hoffe dass ich jetzt nicht so sehr die hosen scheiße wie beim letzten mal wir sind jetzt immer noch in sultan und es sind auch ein paar spieler hier am start das bedeutet wir müssen aufpassen zur kose hat natürlich ein schönes ja was ist ein meg4 und ich habe eine shotgun ich denke mal was dafür links ist irgendwo einer jetzt nicht vorhin im reh hinterher gelaufen und hier ist und wir werden auch bestimmt ein spiel hängt wenn wir das schlachten können wir das vielleicht irgendwie ja frage ich mich auch gerade immer in die ego perspektive du musst mich beschützen auf jeden fall ja du wirst der scheiß mir ein ja wir könnten ja durchaus mal so machen dass wir gemeinsam da mal was spielen können aber ihr könnt ihr zur kose anschreiben weil ich die ganze woche zu tun habe und das machst du denn ja wenn sie mal nachfragen auf jeden genau genau genommen der ist denn der social media gedöts mann weil ich beruflich ist momentan das ist stressig bei mir und dadurch komme ich unter der woche nicht dazu großartig da kommentare abzugeben und dann wird der zur kose euch dann noch sagen wo man sich auf welchen ts dann trifft und der macht dann auch ich habe mich erschrocken dass da irgendwas geknallt hat ist ja richtig hier die nachtwanderung hier gucken ja ich komme hinterher jetzt wird auf jeden fall dunkel aber zurück weil ich habe meine taschenlampe weggeschmissen ihr solltet auf jeden fall warte draußen seine ich würde ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme wo ist er denn jetzt ist ja ich höre ihn aber sehe ihn nicht bei nacht habe ich noch mehr angst ja so dunkel ist es auch nicht aber trotzdem ich habe immer schiss kennst du doch ich kann kein horrorspiel zocken auf jeden fall der wird dann eine kleine vorabwahl machen von den leuten die als muss ja auch hinhauen wir wollen ja dann meistens um mal video machen da ist er wollen wir den killen oder was ja sehr gut wäre es wenn ihr schon irgendwie die waffen am start habt nicht dass wir da noch großartig was suchen müssen also sucht euch den server wo er dann hauptsächlich alleine seid und ganz einfach an allem vorbei auf die straße hinterher ach der will hat der dingens jagt er hat der dreh sehr dumm da ist mutanten hier hat er die der rennt ja auch im kreis mit dem vier hiränen auch waffe leer nehmen wir die ja abstauber abstauber ja die shotgun einer hat wie gesagt macht bei uns hier die fernkampf also mit den mit den sturmgewehr und für nahkampf bin ich dann quasi da so ist es ganz gut und der nächste der dann was hat ist dann bestimmt gut wenn ja sowas wie ein sniper hat und dann werden wir mal gucken so ich habe hier so soll dass man die richtung auf die sieht freundlich aus warum auch immer ja genau wie sieht freundlich und immer schon auf nicht hat schon wieder ernst und wichtig von hinten frisst und du wieder auf die enter taste haut du musst einfach das letzte video angucken ja genau da hat mich irgend so ein vieh aber am besten guckt euch das bei Zulkuser mal an weil der hat es dann noch mal schön hoch äh oder noch mal schön gezeigt wie ich da halt äh agiert habe also ich hab dann irgendwo eine taste gedrückt und konnte dann nix mehr machen also ich hab dann ein menü aufgemacht oder sowas aber dann hab ich ihn ja noch wecker haft là total total lockerflockig cool geblieben und dann aber wir müssten eigentlich weiß ich was auf wir könnten glaube wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen zur kirche und dann zum super zur tankstelle müssten wir an der tankstelle einfach nur weiter geradeaus dann kommen wir zur nächsten großen stadt glaube so war das geradeaus auf der straße ist was geradeaus ja stimmt da hinten ja einfach mal hinlaufen und dem eine gehen ja das normal bei dem spiel aber letzt mal ist es besser gelaufen ja da kann jetzt ja wieder so ein 500 mb patch ja stimmt da kam man muss wirklich sagen das spiel wird richtig geupdatet also kommt andauernd irgendwas neues und das ist halt das schöne hier ist bambi so soll es ja auch sein es gibt zum beispiel spiele die bei mir in der liste sind da kommt monatelang nichts ja das spiel ist schon ewigkeiten her dass bei next car game mal wieder was gekommen ist das bei manchen spielen ist sehr schade da ist aber mutant auf der linken straßenseite vorm bus ach so ja ja mache ich mal eben weg bleibt mal hier stehen mal sehen die schluss hast du sie braucht für den 56 24 oder manchmal trifft man die einfach nicht so gut guck mal wie viel ich noch habe ich habe ja auch noch satt ich habe eigentlich auch noch für den revolver satt aber irgendwie wollte der vorhin nicht mehr schießen ja vielleicht ladehemmung schießt nicht warte mal sehr merkwürdiger revolver das kann doch sein dass die ladehemmung kam nö der hat einfach obwohl die rounds leer waren hat er die drin gelassen das ist natürlich doof ist halt ein revolver ne muss man die alten munition raus machen genau das sind ja ist so beim revolver bleiben ja die hülsen in den trommeln drin er muss halt wirklich hier rausnehmen linke seite ja das war aber rechts ich habe auch geschossen weil da jetzt ist aber hier holland in not ich gucke jetzt mal eben habe ich noch überhaupt welche jetzt näher einen schuss hätte ich noch aber ich gehe mal wieder auf studiumgewehr geht hier aber auch ab ne ja diese blöden rotzlöffel aber zu diesem thema mit dem updates weil das ja auch gerade angesprochen hast mit den updates ist ja gerade eben das problem gewesen mit day sette da jetzt irgendwie da passiert nichts mehr so ich habe mir jetzt noch mal runtergeladen damit wir da vielleicht mal die tage auch irgendwann auch mal durch rennen können aber irgendwie hat sich da nicht so viel getan und das ist halt bei solchen titeln immer schade ähm bei dem ea early access titel hier arg finde ich da machen die am meisten da sind die am patchen wie die weltmeister ja weil das halt wenn man bei den steam listen guckt hier was am meisten gespielt wird da ist der arg ganz weit oben ne also kann man ja wirklich sagen ja und das hat mich auch richtig fasziniert wo ihr da gespielt hat wo er die tauchaktion gemacht habt also bei bei soulcruiser kommt dann doch regelmäßig jetzt eine neue arg folgen wo ihr euren eigenen server habt ne ja und da ein bisschen rum agiert deswegen ja das guckt man sich denkt gerne an ich bin ja jetzt nicht so der der arg freund aber ja nicht nicht an welcher sagen nicht selber spielen weil man da halt ziemlich viel zeit reinsteckt ne und das ist dann eben wirklich viel zeit und die habe ich einfach nicht ja da muss ich wirklich sagen da bin ich froh wenn ich hier da brauche ich jetzt nicht ganz so viel zeit weil man findet doch auf servern wo nicht ganz so viel los ist einiges an material so ich mache jetzt mal die außenansicht irgendwie 200 stunden oder so ich hab kein kopf jedenfalls haben wir die halben auf ganz komische halterungen hier für unsere spitzhacken oder ja 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 die schwingt mit das aussieht ja gut das ist seit dem letzten patch irgendwie ja ich habe irgendwas gehört ich weiß noch nicht ob das ein tier war oder wir laufen jetzt über die brücke und dann müssten wir irgendwo da hinten in die nächste stadt kommen okay ich habe jetzt auch gar nicht so richtig reingeguckt was jetzt großartig erneuerung war jetzt patchnotes wird ja gerne mal reinschreiben ob es nur irgendwelche fixes war vom spiel ob da jetzt neue sachen sind man kann ja auch gewisse sachen bauen und ja wenn man vielleicht irgendwie so ein kleines team ist dann kann man durchaus mal so immer ein bisschen los rocken das sieht ja schick aus ne ja ne dry engine ja genau wir werden jetzt auf jeden fall bis nach oder in die andere stadt latschen dann denke ich mal würde sie erst mal reichen vielleicht hängen wir noch eine serie ran und eine folge wo wir dann in die nächste stadt rein marschieren weil in die große stadt ich weiß nicht mehr wie die heißt wir waren jetzt gerade ein sultan ich erinnere mich dass ich glaube ich irgendwie mit wood hieß die glaube ich oder wood wood lane wood heaven genau ja ich habe wood heaven das ist die riesen stadt ja ja genau dann machen wir auf jeden fall wood heaven ein bisschen unsicher wir sind jetzt auf dem german server eins und diese fahrzeuge das früher waren auch nicht so viele fahrzeuge war vielleicht nur ein fahrzeuger trotzdem einfach mal so hier ist hier ist noch eine knifze drinnen eine punkte shotgun da braucht keine pumpe die könnten so noch ein bisschen besser gestalten die fahrzeuge aber hier ist noch was zu saufen ich muss sowieso was saufen kann ich dir jetzt mitnehmen ich habe ich auch habe ich auch leg ob das spielt ja gut alles klar also manchmal fängt er sich nicht so schnell aber wie gesagt hat hat arg momentan auch dass du ab und zu mal einfach kurz so mini standbilder hast da ist halt early access ist der titel hier ja auch noch und bei den early access titeln muss man halt einfach sagen wenn das man muss das immer so beurteilen wenn man wenn das spiel gerade läuft und den inhalt den muss man beurteilen man muss nicht immer direkt sagen steht bei mir schon wieder kurz early access titel ja keine ahnung bild hakt oder jetzt hier die spitzhaken baumeln da rum scheiß spiel so funktioniert das bei early access titeln nicht wenn ihr das nicht wollt oder gerne solche sachen verurteilt bei spiel müsst ihr wirklich warten bis die spiele komplett sag ich mal im regal liegen in der zeit vorher wollen die ja gerade diese fehler ausmerzen jetzt muss ich mal kurz überlegen wo geht es jetzt nach woodhaven ich habe jetzt auch kein schild gesehen ich auch nicht ich weiß nur wenn wir darüber laufen wir sind gerade von der anderen seite über den fluss gekommen ich würde sagen dass wir einfach mal diesen diesen weg jetzt mal lang gehen egal wenn man jetzt nicht finden dann ist egal ich habe jetzt auch nicht die karte irgendwie am start ja vielleicht haben wir in der bude wo wir uns dann ausloggen können zur not keiner frisst ja schon wieder kein kopf Wenn jetzt einfach mal dass der halt ein bisschen joggt das wäre auf jeden fall cool wenn der so ein level system hat wenn man viel rumrennt dass der dann halt mehr ausdauer oder so kriegt ja oder hat man halt punkte drin verteilen kann so ja genau so wie bei art mehr mehr stamina mehr tragen das ist auch so ein ding man kann ja ja fast nichts mitnehmen man kann hier keine sachen stecken nichtmals die bandagen wenn du zwei bandagen hast dann hast du zwei plätze weg das ist natürlich ein bisschen bisschen hart ja die wollen dann halt so ein bisschen mehr in die realität gehen also da kann man ja auch nicht irgendwie was zusammen da vorne sind die windmühlen ja aber das dass das war irgendwo mal was gewesen Moment ist ziemlich ruhig hier will uns keiner mehr fressen aber so sieht man ein bisschen was glaube ich hier ist die erste wo ich das erste mal gespielt haben bin ich hier raus gekommen In dem spiel wartet hier Genau das ist ein schickes haus hier vor uns ja und die vögelchen am zwitschern das schön schillig hier Mal schauen hier was wir hier alles sehen So Hier unten ist auch noch ein paar häuschen wir sind hier unten am wasser Genau dort hinten ist bei dem wasserturm ist hier ähm Bist du drin im haus? Ja ja ich wollte mal kurz überfliegen ob hier wieder ein magazin rumliegt aber sieht nicht danach aus Langsam wird sie wieder ein bisschen heller Gucken jetzt noch mal ein bisschen hier im haus was hier noch schönes gibt Tomato juice ne da war ja die geschichte kannst du nicht aufheben dann benutze irgendwas Aber in Woodhaven sind immer die meisten leute Ja ist klar gibt es am meisten zu holen ne Ja würde ich ja sagen können wir hier eigentlich uns irgendwo Ja wir könnten eigentlich hier uns ausloggen ne Im Schlafzimmer hinstellen da frisst uns dann hoffentlich keiner Wo ist denn das Schlafzimmer? Hier hinten Hier irgendwo Ja hinter der Ja da ist auch einer Achta Genau Ja wir werden hier erstmal einen Pad machen Und vielleicht werden wir ja die Tage nochmal ein Video machen Mal sehen Und ja Wenn ihr mehr davon sehen wollt Dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare Unser Ziel ist erstmal nach Woodhaven zu kommen Und dann andere Leute nerven ne Das ist erstmal unser Ziel ne Ja Ja mit den Worten machen wir einen Fisch Haut rein Bis zum nächsten Mal Bye bye Tschüss Ah die kommt durch die Fenster Bis zum nächsten Mal Zum nächsten Mal Jungen Tschüss Tschüss Ich komm